So, dann habe ich bis jetzt der Abenteuer Heurath gesehen schon, gell? Ja, genau. Da nämlich etwas verwirrt. Ne, ist normalerweise auch nicht. Aber wenn man dann so jemanden gibt und den man einfach gar nicht lächelt, dann kann man das nicht aus den Haaren der Leute sagen. Wie ich doch. Also, den zwei, ja, gerade jetzt macht es noch ein Pferd. Das ist ja etwas angenehmeres. Also, da machen wir was angenehmeres. Das ist ja etwas angenehmeres. Aber das ist ja etwas angenehmeres. Wenn man das nicht mehr noch angenehmer hat, dann kann man das nicht mehr so angenehmer sein. Und dann kann man das nicht mehr so angenehmer sein. Und dann kann man das nicht mehr so angenehmer sein. Das ist ja wirklich unvollziehbar. Also, was da rumsteht? Ich mag so, man verratzen. Aber nicht. Also, ganz viele Einbauten. So galt in der Nähe. So galt in der Nähe. So. So galt in der Nähe. So galt in der Nähe. So. So. So galt in der Nähe. Die Kirche ist in der Kirche, in der Kirche. Das ist ja ganz gut, wenn der eine oder andere auch nicht gleich immer so flexibel da in den Weg wohnen sollen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man mal eine Alte zieht. Im Garten halt, also ziemlich. Wenn ja, komm her! Ja, man, ich weiß nicht, mach해봐. Die Kirche ist in der Kirche, die sich in der Kirche befindet. Die Röder ist in der Nähe des Wachstums und in der Nähe des Wachstums. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.